Hier sehen wir das A und O Postal Reeperbahn. Hier am Anfang, hier ist die Freiheit herrücken. Hier herrücken geht es um die Freiheit. Olivia Jones Laden und alles. Und hier kann man dann direkt reinlaufen. Hier geht es rein. Oder ein Stückchen weiter unten kann man reingehen. Da ist man dann direkt hier auf der Reeperbahn. Es ist nicht der schönste Zimmer. Frühstück war sehr gut. Sehr gut für einen Stern, kann man sagen. Sehr gut. Aber die Zimmer sind sehr einfach. Kein Schrank, kein gar nichts. Und hier vorne ist noch ein anderes Hotel.